So ihr Lieben, wir haben jetzt hier angehalten. Der Ort heißt Rollhofen wegen den Zickleins hier haben wir angehalten. Die Mimi hat sie ja auch schon gesehen, die Kleinen. Die zwei faszinieren mich natürlich am meisten schwarz-weiß. Ja, aber was wir da gesehen haben ist nicht so toll. Hier direkt, wo ist es denn? Da. Ja. Ja, toll. Und hier fährt einer nach dem anderen durch. Und ja, ziemlich üble Straße hier, sagt er. Ja, toll. Ja, eigentlich hält man nur an, um die hier zu sehen, zu streicheln. Und dann muss man sowas finden. Toll. Und wir haben nichts dabei, sonst hätten wir es jetzt vom Graben weggenommen. Ja, wir haben jetzt einen Einwohner gefragt, ob der einen leeren Karton hat oder einen Müllsack, damit man die da wegnehmen kann. Dann. Dann. Ja, dann werden wir die mal beerdigen, die Katze dann daheim. Ja.